Hallo Internet, gell ich mich einfach? Gut, Nina, vielen Dank für die Einladung, wie ich gehört habe. Ja, wie ich gehört habe, aber du würdest dich gerne verzeihen über den Werden, stimmt das? Ja. Ein Glück für mich, das entspricht genau meiner Berufung, das ist mal super. Nina, wenn du das für dich einverstanden bist, ich mache jeden Effekt, den ich eigentlich auf Vorbereitung für jedes Wochenende mache. Das ist gut. Ist das gut? Es ist relativ gebrochen, du wirst mal gesehen, warum. Und zwar, mit diesen Zetteln hier. Was könnte es sein? Ja, es sieht uns wie eine Möchtegern 100er Note an. Wie eine Möchtegern 100er, ja. Eine echte 100er Note, eine echte Walliser Feldschick. Moderne Farineko quasi. Es ist der Schweizerkrieg drauf, sie hat 100 Franken drauf und hinten die Sicherheitsnummer angeht. Alles, was man braucht. Von den 100, 200, 300 und 400 Schweizer Franken. Nina, würdest du dich akzeptieren die Note? Nein. 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 Okay. Gibt aber eine gute Umwandlung, gell? Gut, schaut, ihr habt relativ schnell. Haha, so geil. 100, 200, 300 und 400 Schweizer Franken. Hast du mal wollen? Ja. Aber nur noch kurz. Danke, das liegt. Nein. Nicht in den Stecken, hast du, gell? Ich bin 100 Franken gerber. Ich sehe, ich glaube, wirklich echt. Du bist schon echt. Das macht er wahrscheinlich so krass. Leider nur Freigebrüche. Gerade ist aber nicht wie, gell? Wenn die Kamera uns ist, haben wir zu werfen. Als Zäuber darfst du mir das Geheimnis verraten leider. Schöster wäre ein schlechter Zäuber. Aber dann wären wir, glaube ich, alle reiche, gell? Das definitiv, ja. Merci vielmals. Merci dir. Danke.